So, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Auz von www.ratsgebergeld.at. Die letzten beiden Male haben wir die beiden Trading Stile Swing Trading und Positions Trading etwas genauer erörtert. Heute kommen wir zum abschließenden Thema Day Trading. Ich persönlich bin eine Mischung zwischen Day Trader und Swing Trader, benutze also beide Trading Stile ganz gerne, aber in Abhängigkeit vom Gesamtmarkt. Wir sind ja jetzt gerade September 2015 in einer Korrekturphase. China ist stark runtergegangen, europäischen Märkte, US-Märkte, alle stark in Korrektur. Was passiert dann? Die Märkte wollen volatiler und wenn die Märkte volatiler werden, dann sehen wir relativ viele Gaps, sprich Kurslücken mal nach oben, mal nach unten. Das ist natürlich nicht unbedingt das ideale Umfeld für einen Swing Trader, sprich Position kaufen mit dem Versuch, die Position wirklich laufen zu lassen, sondern es ist eher dann der Teilbereich, wo ich persönlich auch ganz gerne aufs Day Trading umschalte. Und da kommen wir jetzt schon zum ganz großen Vorteil und Nachteil vom Day Trading. Großer Vorteil ist, ich habe diese Übernachtrisiken nicht. Ich gehe also innerhalb des Handelstages in den Trade hinein mit dem Ziel, die Position am Ende des Tages wieder glatt zu stellen. Kaufe ich etwas, verkaufe ich es am Ende des Tages, shorte ich etwas, covere ich es am Ende des Tages. Das heißt, ich habe diese Übernachtrisiken nicht. Also aber gleichzeitig auch wiederum der Nachteil vom Day Trading. Das heißt, ich kann lange Trends nicht wirklich für mich ausnutzen. Das heißt, Aktien wie eine Apple, Netflix und Co., die im letzten ein, zwei Jahren um mehr als 100% gestiegen sind, sind also für einen Day Trade in der Form zumindest nicht erreichbar. Aber gleichzeitig sollte sich jeder von euch die Frage stellen, was ist einfacher? Einen Trade mit 100% zu machen oder 100 Trades mit einem Prozent zu machen? Letzten Endes kommt, wenn wir jetzt einmal die Spesen nicht berücksichtigen, fast dasselbe dabei raus. Das heißt, Day Trading macht natürlich auch Sinn, aber ich persönlich benutze es auch nicht tagtäglich, sondern nur dann, wenn also die Märkte etwas schwieriger werden. Fundamentalanalyse versus technische Analyse. Fundamentalanalyse, Day Trading, forget it, never ever. Das heißt, Fundamentalanalyse ist quasi zu streichen, denn ob jetzt eine Apple im nächsten Jahr mehr iPods oder weniger iPods verkaufen wird, wie es der Wirtschaft in China geht oder wie es der Wirtschaft in Australien oder sonst wo geht, interessiert für einen einzigen Handelstag so ziemlich keinen. Das heißt, die Fundamentalanalyse können wir definitiv weglassen. Was interessiert uns als Day Trader? Momentum. Das heißt, wir suchen nach starken Sektoren, starken Branchen. Aktien, die also den Markt anführen. ZB für die Longseite. Als auch umgekehrt, wenn ich jetzt Bär bin und die Shortseite spielen möchte, Aktien, die extrem abgestraft werden, stark nach unten gehen. Solarktien, wenn es darum geht, in eine Korrekturphase im Gesamtmarkt überzugehen. Solaraktien sind meistens die größten Verlierer, aber auch gleichzeitig die größten Gewinner, wenn es darum geht, dass die Aktienmärkte also wieder nach oben gehen. Technische Analyse spielt also eine extrem große Rolle für den Day Trader. Das heißt, man muss felsenfest sein in der technischen Analyse, sei es jetzt Setups, Formationen, Tradingstrategien, Candlesticks und so weiter, Volumen und die ganzen Geschichten. Das heißt, technische Analyse wirklich das A und O des gesamten Day Tradings. Zu guter letzter noch Time Frames. Wir haben ja auch im Positions-Trading und im Swing-Trading darüber gesprochen, welche Zeitebenen benutzen wir. Ich persönlich benutze den Tagesschart auch fürs Day Trading ganz gerne, aber nur, um also hier bestimmte Unterstützungen oder Widerstände herauszufiltern. Habe ich jetzt ZB, ein schönes Setup, also die Setup-Findung erfolgt meistens so in 5, 10 oder 15 Minuten-Charts. Habe ich ein schönes Dreieck, eine schöne Flagge oder irgendein anderes Setup, das ich gerne traden möchte, dann switche ich mal auf den Tagesschart und sage, gibt es dort wichtige Unterstützungen oder Widerstände in den letzten paar Tagen, die ich in natürlich in einem 5, 10 oder 15 Minuten-Chart nicht so genau sehen werde. Das Arbeiten mit Multiple Time Frames ist natürlich auch hier, also mit multiplen Zeitzonen sehr, sehr wichtig. Trendanalyse mache ich gerne im 30 Minuten-Chart. Das heißt, habe ich jetzt eine Aktie, einen Index, Rohstoff oder was auch immer ich trade und ich habe eine Folge von Higher Highs und Higher Lows, habe ich einen Aufwärtstrend, dann möchte ich natürlich auch hier eh mehr nach Long Setup suchen. Ich suche nach Bullenflaggen, bullischen Wimpeln, bullischen horizontalen Ausbrüchen, solche Geschichten. Das heißt auch hier, Traden mit dem Trend und die Trendanalyse mache ich im 30 Minuten-Chart. Genauso gleich auch natürlich umgekehrt, habe ich eine Folge von Lower Highs und Lower Lows, da möchte ich hier natürlich eher mehr nach bärischen Setups suchen. Zu guter Letzt vielleicht noch der Themenbereich, der immer wieder so ein bisschen in der Luft hängt, nämlich Daytrading stressig. Sehr, sehr viele denken sich, ein Daytrader sitzt vor dem WC, acht Stunden lang und traden wie ein Wahnsinniger. Ist es aber nicht. Wenn ich Daytrades mache, gibt es bestimmte Strategien, die ich verfolge. Ich weiß auch, zu welchen Uhrzeiten diese ganz gut funktionieren. Beispiel Base and Break Setups. Eine Strategie, die ich selber entwickelt habe, findet ihr auf der Startseite von ratgebergeld.at. Einfach ganz nach unten scrollen, in die Fußzeile. Dort findet ihr meine letzten Artikel, die ich für das Traders Magazin geschrieben habe. Base and Break Setup ist eine Strategie, die funktioniert ideal bei US-Aktien im Bereich zwischen 18 und 19.30 Uhr. Das heißt, wenn ich zwischen 18 und 19.30 Uhr Zeit habe, setze ich mich mal vor dem PC, filter meine Scans durch, finde dort zwei, drei Setups und das Ganze dauert in etwa fünf bis zehn Minuten. Wir machen einen Entry, klar definierten Stop-Loss, klar definiertes Ziel und der ganze Aufwand des Daytrades sind dann vielleicht zehn oder 15 Minuten. Nicht mehr, nicht weniger. Also, Daytrading hat nichts mit wahnsinnig kaufen oder verkaufen zu tun, wenn man es nach Strategie macht, wenn man es mit einem Tradingplan macht. Und das ist, egal ob ich jetzt Swing Trading, Positions Trading oder Daytrading betreibe, natürlich das A und O. Ja, wie geht es weiter auf Keep It Simple? Lasst euch überraschen, schreibt mir Anregungen auf Twitter, Facebook und Co. Ich werde also eure Wünsche natürlich auch ganz gerne umsetzen. Wenn es bestimmte Themen im Bereich gibt, die euch interessieren, dann werden wir das natürlich auch in den kommenden Tutorial-Videos hier wiederum miteinander besprechen. Ja, also bis dann zu der nächsten Folge von Keep It Simple mit mir, Achim Autz von www.ratsgebergeld.at.